Matsch, wer ist der beste Koch der Welt? Ich. Möchtest du das probieren, Schatz? Nein, noch nicht. Aber warum so viel Käse und so wenig Kartoffelpüree? Das ist der Rest gewesen. Ich hätte nicht mehr genug Kartoffeln, aber noch voll viel von denen. Ich habe zwei große Schalen fertig gemacht, das reicht ja wohl. Oder? Ja. Mein Mann ist der beste Koch der Welt. Ich habe auch die beste Frau, deswegen muss ich so gut kochen. Richtige Antwort. Von beiden. Tink, 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 tink. Darf ich nochmal ziehen? Das wird aber arg gut. Was? Ja. Matsch, wie sieht es aus? Lecker. Lecker.